Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal der Camping Cowboys zum nächsten Teil des Kastenwagen Ausbaus und heute bauen wir den Auszug. Der Auszug wird 1,20 Meter breit. Ich werde ihn nicht teilen. Ich werde keine Schwerlastauszüge oder irgendwas dergleichen benutzen. Wie ich das mache, das werdet ihr gleich noch sehen, aber als allererstes muss ich mal die Länge festlegen und dazu werde ich vorne den Bettkastenraum erstmal teilen. Hier sitzen wir jetzt im Bettkasten und dieser Pfosten hier ist quasi die Begrenzung. Also hier hinten soll der Auszug raus und hier vorne kriege ich nochmal richtig schön Stauraum. Wenn ich durch den Lattenrost, den ich hinten anheben kann mit Bettkastenfunktion, habe ich hier nochmal richtig schön Stauraum. Hier dazwischen ziehe ich jetzt eine Wand ein, also hier. Ich habe hier vorne schon mit der Unterkonstruktion aufgehört. Dann habe ich 1,8 Millimeter, 18 Millimeter Platz gelassen und dann fängt hier der Mittelpfosten an. Jetzt hole ich mir ein schönes Brett und das werde ich hier genau einpassen. Ich zeige das jetzt mal kurz. Also das Brett ist zurechtgeschnitten. Also ich habe es auf die Höhe geschnitten und auf die Breite und hier oben die Pfosten ausgesiegt. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Raumteilung für meinen Bettkasten und jetzt einfach nur noch festschrauben. Einmal hier oben an den Querhund und dann von der anderen Seite hier unten an die Bodenkonstruktion. Jetzt mache ich nochmal einen Stresstest. Das hält. Und jetzt kann ich auch meine endgültige Länge festlegen. Also wenn ich hier messe, bis hinter zur Wand, habe ich hier ungefähr, nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau, einen Meter fünfzehneinhalb. Also das wird die Länge meines Auszugs werden. Wie man hier hinten schon erkennen kann, ich habe hier mal einen Winkel hingelegt. Diese Wand ist ja nicht ganz gerade. Die verläuft da seitlich an der Karosserie. Und diese Wand ist jetzt ein kleines bisschen schräg. Das heißt, ich werde vorne den Kasten auch abschrägen müssen. Hier sind wir jetzt in meiner kleinen bescheidenen Werkstatt und ich werde den Kasten genauso wie alles andere in dem Kastenwagen draußen, also den Auszug, in 18 Millimeter Fichtenholzplatten, Pressspanplatten machen. Die sind nicht teuer. Ich glaube, die hier 20 hoch, zwei Meter lang, kostet 6,50 Euro oder irgendwie sowas. Und die großen Platten hier hinten, die 40er Breiten, kosten 12,50 Euro. Hier, nachdem ich ja 1,20 Auszug habe, habe ich 40er Platten gekauft. Das heißt, drei Stück nebeneinander, 1,20 Meter, genauso wie hier, 1,20 Meter Länge abschneiden. Und dann sollte das eigentlich im Maß schon passen. Ich habe die Höhe ja von dem Einschub am Kastenwagen draußen genau auf 20 Zentimeter plus Bodenplatte. Da hatte ich ja vorher schon Platten beim Bau der Rückwand liegen. Ich glaube, das habe ich auch gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, sodass ich genau die richtige Höhe habe vom Auszug. Der Auszug an sich muss ziemlich gut passen, weil wir keine Auszugsschienen haben, also keine Schwerlastauszüge. Und deswegen muss das ziemlich genau passen, dass sich der dann auch verklemmt und nicht locker ist, wenn man ihn ausgezogen hat. Jetzt werde ich als allererstes mal alle Bretter zuschneiden und dann zusammenbauen. Und dann gucke ich erst mal, ob es passt. Und wenn der Kasten dann passt, dann wird er komplett in einem wird er gepflegt. Hier noch ein kleiner Tipp, und zwar zum Zuschneiden. Wenn man mehrere Bretter in einer gleichen Länge haben möchte, dann nimmt man das erste Brett, misst seine Länge, schneidet diese ab. Und dann benutzt man das erste Brett, das man abgeschnitten hat, immer als Vorlage. Also ich habe jetzt hier, das ist der erste Bodenplatte, die ich abgeschnitten habe. Dann nehme ich meinen Stift, zeichne mir die Länge von der ersten Platte an und nehme die erste Platte runter. Zeichne mir dann hier an und so kann ich sicher gehen, dass alle Platten genauso lang sind wie die erste. Ja, und wenn dann alle Teile zurechtgeschnitten sind, dann geht's ans Verschrauben. Hier benutze ich auch, wie in meinem kompletten Bus, 35 mm lange Schnellschrauben, 3,5er Stärke, braucht man nichts vorbohren, einfach reinbohren, also reinschrauben, bohren sich selber das Loch vor, einwandfrei geht super schnell, super einfach. Puh, Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein erster Versuch jetzt gewesen, die Schokolade reinzubringen. Ich habe es ein bisschen verpimmelt und zwar hinten beim Sägen der inneren Verschalung hatte ich das falsche Sägeblatt und deswegen ist der Schnitt nicht gerade geworden, sondern ich hatte ein zu schmales Sägeblatt und dann ist der schief geworden. Das heißt, hinten stand es mir zu weit rein, jetzt habe ich nochmal 20 Minuten hinten unten die Kante komplett abgefräst, aber jetzt, glaube ich, läuft die Nummer. Ciao, ciao! Jetzt nochmal richtig von vorne. Das hier, nicht wundern, das hier sind jetzt momentan meine Griffe. Diese zwei Schrauben, die werden natürlich noch ersetzt, also ich schneide hier noch richtige Griffe rein. Oder vielleicht, ich muss mal die Türen zumachen, vielleicht kann ich mir sogar noch richtige Griffe leisten zum Pressrein. Und das ist schon relativ monströser Auszug, muss ich es ganz ehrlich sagen. Also der, wenn wir mal gucken, ich mir so meine Größe und es ist schon relativ stabil, also es ist noch nicht, man sieht schon, das Auto bewegt sich, aber ich glaube, das ist natürlich noch nicht final, das ist jetzt das erste Mal rein, rausschieben, passt ganz gut. Blöderweise hier sieht man es, jetzt sieht man das, ich zeige es dann vielleicht gleich nochmal, Achtung. Ah, kurz. Das ist hier. Natürlich, natürlich hat er die falsche Seite genommen und jetzt ist das Hässliche da drin. Das ist aber nicht so schlimm, denn da kommt eh noch was rein, da kommt noch ein Bodenbelag rein, also das heißt, ein Bodenbelag, ein Teppich oder so, dann sieht man das nicht mehr. Dafür, dass der Auszug zu groß ist, und jeder weiß, der schon mal einen Auszug gebaut hat, je größer das Ding ist, desto schwieriger wird es. Und dafür, dass das Ding so groß ist, und bin ich eigentlich relativ zufrieden. Jetzt zeige ich euch das nochmal kurz. Hier kann man jetzt sehen, also der Auszug, ich steige mal rein, dieser Auszug, der ist echt monströs, da kann man auch einiges rein tun, und hier soll ja auch die Bar rein, also der Auszug nimmt die Hälfte vom Bett ein, sogar ein bisschen mehr, weil wir ja 114 Länge haben. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich für die Bodenplatte MDF-Platten genommen habe. Die MDF-Platten sind komplett glatt, und auf denen rutscht der Boden halt echt, äh, der Kasten halt wirklich super, und dann kann man den ganz easy rein und rausziehen. Zurück in der Werkstatt, und wie man sieht, frisch rasiert, überall, denn heute Abend gehen die Camping Cowboys noch ins Rattlesnack. Und jeder, der meinen ersten Camper kennt, wenn nicht, guckt euch gerne das Video an. Von meinem Minicamper, damals von Kort Fokus, weiß, dass der Auszug ähnlich war, der war bloß zweigeteilt, und das war nicht einfach nur ein Auszug, sondern man konnte seitlich auch noch Tische rausmachen. Das werde ich hier auch wieder machen, gut alt bewährt. Dazu habe ich mir jetzt hier schon den Ausschnitt angesägt, also hier oben werde ich ein kleines Stück aussägen, hier vorne an der Vorderkante kommen dann die Schienen ran. Das ist quasi eine Wiederverwertung von meinem alten Camper, und dazwischen kommen die Bretter, aber das werde ich den gleichen lassen. Und als nächstes muss man natürlich zwischen die zwei Schienen dann das Brett einsetzen. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Also ich habe bisher nur zwei Schrauben drin, habe schon mal getestet, also es funktioniert ganz gut. Das habe ich euch erspart, weil das ist allein eine Oberkatastrophe, und ich habe sehr viel geflucht, und ich glaube, dann wird YouTube dieses Video sperren. Aber links und rechts, hier sind die Schienen, hier müssen noch die Schrauben rein, mir fehlen jetzt noch zwei, drei Stück, aber es läuft schon sehr gut. Also wenn man sieht, es fällt von alleine rein. Wie man jetzt sehen kann, beide Auszüge sind drin. Klappt wunderbar, schließen auch in der Mitte schön ab. Einen kleinen Höhenunterschied habe ich, weil die Bretter wahrscheinlich nicht ganz gerade sind, aber wenn das geflamed ist, sieht man das kaum noch. Und apropos Flaming, das Ding wird jetzt geflamed, und dann kommt es ins Auto. Ich habe was vergessen, ich muss natürlich vorher, bevor es zum Flaming geht, natürlich noch die beiden Griffe ausschneiden. Katastrophe. Beide Griffe sind gesägt. Jetzt geht es zum Flaming. Hier steht das gute Ding fertig geflamed, und ihr könnt jetzt quasi dabei sein, wenn ich das erste Mal den Auszug reinmache, ich denke aber mal, das wird gut passen. Das sieht ziemlich gut aus. Also ich bin wirklich begeistert. Also echt klasse. Es flutscht auch rein und raus, dank dem MDF-Boden. Richtig gut. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Problem, und zwar wäre das das hier. Also es ist noch nicht wirklich stabil, es liegt jetzt hier unten nur auf, aber das werden wir gleich ändern, und wie wir das ändern, das zeige ich euch. Und dazu gehen wir nach drinnen. Wie wir sehen können, nachdem wir keine Schwerlastauszüge haben, hier hinten, wackelt es noch ein bisschen. Das Einzige, wo es jetzt ansteht, ist hier unten, aber das ist überhaupt kein Problem. Um das wirklich festzukriegen, werde ich jetzt hier, also man sollte den Auszug ungefähr, wenn man so einen Auszug baut, 25% sollte man ihn drin stehen lassen. Und jetzt mache ich hier, mache ich noch eine Leiste rüber, gleich noch mit einem Stopper dahinter, und dann liegt der Kasten fest hier, mit der kompletten Länge unten am Pfosten an, und dann habe ich auch dieses Problem mit dem Hebel nicht mehr, wenn der draußen ist, der Auszug. Hier ist das gute Ding, und ihr seht schon, es passt nicht ganz zu dem, was ich gerade erzählt habe, und zwar ist es kein Pfosten, es ist doch ein Brett geworden, mit zwei Pfosten, denn, das kommt jetzt dann hier so rein, denn je mehr Auflagefläche ich habe, das gilt für alles, was ihr baut, oder sonst irgendwas, je mehr Auflagefläche man hat, desto stabiler wird die ganze Nummer. Und ich bin großer Freund von Stabilität, und deswegen werde ich das jetzt dann hier, mit einigen Winkeln, werde ich das hier rein machen, und die Rückseite vom Kasten, also hier, das Ende vom Kasten, wird dann hier unten anliegen, und dann wird es eine bombenfeste Nummer. So, letzte Schraube, und wie man jetzt schon sehen kann, also das hier, ist die Rückwand, vom Auszug, und hier oben drauf, habe ich jetzt dieses Brett, was ich gerade gehabt habe, natürlich geflamed, habe ich jetzt befestigt, mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Winkeln, und das Ding ist halt auch wieder bombenfest. Und damit ist der Auszug fertig, und was der Auszug kann, das zeige ich euch jetzt draußen. Und so viel zu den Schwerlastauszügen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Schwerlastauszug auch kann, aber Thema Belastungsfähigkeit, ich wiege 80 Kilo, Ja, und ich werde es riskieren. Ganz vorne an die Ecke, höchste Hebelwirkung, und ich sitze. Ja? Also wirklich, ultra stark. Zum Schluss sage ich noch schnell, was zu den Kosten, und zwar, dieser geile Auszug, glaube ich, war knapp unter 100 Euro, also man braucht eigentlich nur Holz, wenn ich jetzt einen richtigen Auszug baue, mit Schwerlastauszügen, dann kosten die allein nicht schon, über 100 Euro. Wie man vorhin gesehen hat, ich sitze hier drauf, mit 80 Kilo, also da geht wirklich nichts kaputt. Ein mega stabiler Ausbau für Lauf. Arbeitsaufwand, ja, ich denke mal so, gestern vier Stunden, heute fünf, sechs Stunden, ja, also so zehn Stunden, habe ich jetzt gebraucht, allein mit dem Flamen, das hat eine Stunde gedauert, und man muss wirklich auch ziemlich genau arbeiten, damit es auch wirklich gut passt. Wenn es nicht gut passt, dann wird die Nummer nicht so stabil, und etwas lockerer. Okay, in dem Sinne war es das schon wieder mit diesem Video. Ich bin der Scar von den Camping Cowboys, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, und verpasst nicht das nächste Video, wenn ich die Hängeschränke installiere. Deswegen Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.